Ah, the heroes. You are persistent, aren't you? Now, let's see how they contend with the true lord of Blackrock's fire. Moin Freunde, denn achtet die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute werden wir uns mal die zehn stärksten Items anschauen, die wir in dem neuen Raid BWL bekommen können. Blackwing Lair oder auch auf Deutsch der Pechschwingenhort wird am 13. Februar auf allen WoW Classic Realms freigeschaltet. Ich stehe quasi gerade direkt schon vorm Eingang und ich denke viele von euch werden sich fragen, ja welche Items möchte ich mir dann eigentlich in BWL holen, wenn ich nach dem 13. Februar das erste Mal meine Hände hier auf diese Kugel lege und den neuen Raid betrete. Und heute werden wir quasi alle Bosse einfach mal chronologisch nacheinander uns anschauen von Razorgore bis Nefarian und insgesamt die zehn stärksten Items aus BWL uns anschauen. Ja Leute, dann betreten wir mal den neuen Raid BWL, wir gehen hier rein und nach einigen Metern kommt direkt der erste Boss und zwar Razorgore, der ungezähmte. Und das stärkste Item, was bei Razorgore droppen kann, ist meiner Meinung nach die ungezähmte Klinge. Eine Zweihandwaffe, ein Zweihandschwert mit 22 Beweglichkeit, 16 Ausdauer und einem sehr interessanten Proc, nämlich 300 Stärke für 8 Sekunden. 300 Stärke sind 600 Attack Power für Krieger. Ein Krieger bekommt bei einem Stärkepunkt 2 ATP. Und das ist vor allem für Zweihand-Fuelkrieger interessant, die Waffe. Da habe ich schon mit einigen gesprochen, die meinten, dass die Zweihand-Fuelkrieger dann doch schon interessante Damage-Werte damit erreichen werden. Wahrscheinlich nicht so viel wie Dual-Wielding-Fuelkrieger. Allerdings für die Zweihand-Fuelkrieger unter euch ist dieses Item auf jeden Fall interessant. Ja, wenn wir Razorgore dann bezwungen haben, kommt auch schon der nächste Boss danach direkt hinter dem Tor, Valestras der Verdorbene. Auch ein sehr interessanter Kampf. Der Boss startet mit sehr wenig HP, aber lasst euch davon nicht täuschen. Der Kampf ist auf jeden Fall nicht ohne. Und das stärkste Item bei Valestras ist für mich der Edelstein des Gedankensprungs. Ein Item, was nur von Magiern getragen werden kann. Hatte ich auch so als Schurke, wie gesagt, lange nicht auf dem Schirm. Allerdings haben ja alle Magier das bestätigt. Wirklich ein sehr, sehr starkes Item. Beschleunigt quasi eure Zaubergeschwindigkeit für 20 Sekunden lang um 33%. Also wirklich, das ist quasi gleichzusetzen fast schon wie 33% mehr Schaden für den Magier. Und das ist einfach extrem stark. Und das solltet ihr auf jeden Fall euch besorgen, wenn ihr Magier spielt. Und ist vielleicht auch im PvP sogar relativ interessant, wenn man dann einfach viel schneller seine Zauber zaubern kann. Ja, wenn wir dann Val besiegt haben, dann kommt der nächste Boss leider nicht direkt. Dann müssen wir uns durch einen nahezu endlosen Schwarm an Trashmobs durchkämpfen, bis wir dann irgendwann mal beim Brutwächter Dressspringer angekommen sind. Und dieser droppt Maladas runenverzierte Klinge des schwarzen Drachenschwarms. Das ist für mich bei ihm das beste Item. Wir sehen hier, die Werte sind erstmal eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben hier einen Parry drauf, also eine Parrierwertung. Ist für Furykrieger oder DPS-Schurken jetzt überhaupt nicht relevant im PvE. Aber dann kommt eben hier der relevante Wert. Und zwar haben wir hier Plus 4 auf Schwerter Waffenspezialisierung. Das ist einfach ein sehr wichtiger Wert in WoW Classic. Das wird wahrscheinlich der ein oder andere DPS-Krieger oder DPS-Schurke von euch schon wissen. Man kann insgesamt 315 Waffen-Skill haben im Grunde genommen. Beziehungsweise bis dahin macht es quasi Sinn. Und diese Plus 4 Weapon-Skill sorgen einfach dafür, dass ihr quasi mit euren Auto-Attacks, mit euren White-Hits einfach noch mehr trefft. Beziehungsweise dass diese quasi auch mehr Schaden machen, kann man sagen. Also die Chance auf Glancing Blows wird dadurch reduziert. Und deswegen, wenn ihr euch quasi mal umschaut in den ganzen Bisslisten, ist dieses Schwert ein sehr, sehr starkes Offenschwert. Und deswegen für mich das stärkste Item von Beruhtwächter Dreschspringer. Wenn wir dann den Beruhtwächter Dreschspringer besiegt haben, müssen wir nur noch 1-2 Trashpacks killen. Und dann kommt auch schon direkt der nächste Boss, Feuerschwinge. Und bei Feuerschwingen ist für mich das stärkste Item, das man hier bekommen kann, der Edelstein der Verjüngung. Wie seht ihr schon, ist ein Trinket. Für die Healer unglaublich stark erhöht durch Zauber und Effekte verursachte Heilung um bis zu 66. Und stellt eben auch noch alle 5 Sekunden 9 Mana wieder her. Also alles, was ein Healer haben möchte. Und da werden sich auf jeden Fall die Healer drum kloppen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch, denn es ist wirklich ein sehr, sehr starkes Item. Ja, wenn wir dann Feuerschwingen besiegt haben, müssen wir nur noch eine kleine Rampe hochgehen. Und dann sind wir auch schon direkt bei Schattenschwinge. Und bei Schattenschwinge droppt auch ein sehr, sehr starkes Item. Und zwar der gute alte Drachen-Fangzahn-Talisman. Oder auf Englisch der gute alte Dragfang-Talisman. Ja, wir sehen ja schon 56 ATP. Ein 2-Hit drauf und ein Dodge. Und das ist so ein Item, das wird wahrscheinlich in einigen Gilden ein bisschen für Drama sorgen. Denn, ja, traditionellerweise war das eigentlich ein Item, was man immer an Furykrieger und Schurken rausgegeben hat. Weil die einfach davon, ja, sehr viel profitiert haben im Schaden. Allerdings hat man dann, ja, so in den letzten Privatservern eigentlich auch schon herausgefunden, dass eigentlich Tanks auch sehr stark von diesem Item profitieren, weil sie damit eben ihr Hitcap erreichen können. Und sie profitieren eben als Einzige auch noch von dem Dodge, der auf dem Schwinkel drauf ist. Und, ja, man hat einfach festgestellt, dass es in Hardcore-Gilden einfach, ja, wichtiger ist, dass die Tanks quasi mehr Aggro machen und nicht so relevant, wie viel quasi Damage ein einzelner Melee macht in dem Fall. Und letztendlich profitiert quasi der ganze Raid davon, wenn euer Tank mehr Aggro macht, weil dann könnt ihr quasi auch mit dem kompletten Raid mehr Schaden machen, ohne Aggro zu pullen. Deswegen vermute ich, dass dieses Item in sehr guten Gilden erst an die Tanks gehen wird und danach an die DDS. Aber overall ist es wirklich ein unglaublich starkes Item. Wenn wir Schattenschwinge dann besiegt haben, müssen wir nur noch ein paar Meter gehen und dann kommen wir auch schon direkt zu Flammenmaul. Und bei Flammenmaul droppt das nächste sehr interessante Item, das nächste sehr interessante Trinket und zwar Stylins verhinderter Scarabeus und, ja, ist vor allem für Tanks ein mega starkes Item. Ja, kommen wir zu den Eigenschaften. Ihr seht hier, es erhöht die Chance, die Angriffe mit einem Schild zu blocken um 5%. Dann haben wir hier noch den Blockwert, um eure Schildes wird um 24 erhöht und auch noch 13 Verteidigungen drauf. Also einfach ein sehr, sehr gutes Tank-Item. Und weil ich das bei einigen anderen Videos gesehen habe, finde ich jetzt das hier auch wichtiger als zum Beispiel dieser Life-Giving-Gem, den ich hier gerade mal einblende, der auch in einigen Videos für Tanks als sehr relevant eingeschubt wurde. Der ist sicherlich bei manchen Kämpfen interessant, aber eigentlich sagt man so, dass dieses Item hier doch deutlich relevanter für Tanks ist und der Life-Giving-Gem geht dann doch öfter mal auch an PvP-Spieler raus, an PvP-Krieger, die es einfach im PvP sehr gut gebrauchen können. Ja, wenn wir Flammenmaul dann besiegt haben, müssen wir noch eine kleine Rampe raufgehen, noch ein wenig Trash killen und dann kommt schon Chromagus ein, sehr, sehr interessanter Boss in BWL, der auch schon ein bisschen schwieriger wird und der aber auch sehr, sehr interessantes Gear für uns droppen kann. Das wichtigste und auch beste Upgrade, beste Item bei Chromagus sind für mich die chromatischen Stiefel für die Fury-Krieger unter euch. 20 Stärke, 20 Beweglichkeit, 19 Ausdau und ein Hit drauf. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert. Das Item wird in AQ40 noch nicht mal ersetzt, das heißt, wird wenn dann überhaupt erst in Naxxramas ersetzt und deswegen habe ich das quasi hier auch gewähltes Item. Ja, das chromatisch gehärtete Schwert ist auch ein sehr gutes Item von diesem Boss, allerdings wird es bereits in AQ40 ersetzt durch eine andere Mainend-Waffe und deswegen habe ich mich als wichtigstes Item hier für die chromatischen Stiefel entschieden. Also wenn ihr einen Fury-Krieger spielt, dann solltet ihr überlegen, dass ihr auf jeden Fall vielleicht eure ersten DKP für dieses Item verwenden solltet, denn es wird unter Umständen nicht so oft droppen und ihr werdet es quasi fast nie mehr austauschen im PvE. Wenn wir Chromagus dann besiegt haben, dann sind wir quasi auch schon beim Endboss von BWR angekommen, bei Nefarian, ein wirklich sehr interessanter Kampf, der auch ein wenig dauert. Erst müssen wir ein paar Endwellen wegklatschen und dann kommt quasi irgendwann der Drache vom Himmel runter. Und ja, bei Nefarian haben wir drei Items, die ich euch jetzt hier primär als wichtigste Items von Nefarian vorstellen möchte und wir fangen direkt an mit dem Stab der Schattenflamme. Ein unglaublich starker Stab für alle Caster-Damage-Stealer da draußen mit sehr, sehr guten Werten. 29 Int, sehr viel Ausdauer drauf, 18 Wille, 2 Spell-Crit und 84 Spell-Damage. Einfach mega gute Werte für jeden Caster und auch besser übrigens als die Dolch-Kombi, also den Dolch von Chromagus mit einer Offense zu kombinieren. Gibt, glaube ich, etwas mehr Stab-Damage, aber overall haben quasi mit dem Stab der Schattenflamme auf jeden Fall die besseren Werte und da werden sehr viele Caster-DDs quasi ihre wertvollen DKP drauf verwenden, beziehungsweise im Loot-Council wird dieser Stab wahrscheinlich nur an die besten DDs rausgegeben werden. Ja, Nefarian hat allerdings wirklich einige sehr gute Items, die bei ihm droppen können und das zweite Item, was ich einfach für unglaublich wichtig finde, ist das Band aus reinem Elementium. Ein sehr, sehr starker Ring für Healer. 10 Int, 9 Ausdauer, 10 Wille und 53 Plus Heal. Diesen Ring werdet ihr noch nicht mal in Naxx-Ramas ersetzen wahrscheinlich. Es gibt in Naxx einen Ring, der nahezu ähnliche Werte hat und das sagt eigentlich schon viel darüber aus, wie stark dieser Ring wirklich ist. Hatte ich auch lange nicht auf dem Schirm, da ich auch selber kein Healer spiele. Aber wie gesagt, wenn man immer so merkt, okay, noch nicht mal im nächsten Raid wird das Item ersetzt, dann ist es auf jeden Fall immer angebracht, vielleicht auch primär seine Punkte darauf zu bieten. Deswegen ein sehr starkes Healer-Item, was wirklich jeder Healer gebrauchen kann. Und kommen wir dann zum 10. Item, was ich euch hier heute vorstellen wollte. Und zwar ist das Neltarions Träne. Auch ein Trinket an der Stelle. Ihr seht schon, BWL ist einfach die Inni der starken Trinkets, mehr oder weniger. Ja, wir haben hier 44 Spell Damage drauf und quasi sehr, sehr wichtig, zwei Spell Hit auf dem Item. Und deswegen ist dieses Item vor allem für Hexenmeister draußen sehr interessant, weil die Hexenmeister einfach im Gegensatz zu Magiern, die das können, nicht in ihrem Talentbaum Spell Hit quasi skillen können, beziehungsweise nur so sehr wenig oder passiv eigentlich, aber nicht direkt, glaube ich. und aus diesem Grund werden vor allem die Warlocks hier ein sehr, sehr starkes Bedürfnis nach diesem Trinket haben werden. Und ich glaube auch, dass overall alle DPSler im Caster-Bereich dieses Trinket ungemein gerne haben wollen und wird vielleicht auch für ein bisschen Drama verursachen, weil die Magier vielleicht auch direkt darauf mitbieten wollen. Ich vermute aber, dass in einem sehr guten Gilden hier dann doch die Warlocks eventuell vorgezogen werden, weil sie einfach am meisten davon profitieren. So, bevor wir zum Ende vom Video kommen, möchte ich noch drei Items erwähnen, die auf jeden Fall hier auch genannt werden sollten, weil sie es wirklich nur ganz, ganz knapp nicht in meine Top Ten geschafft haben. Und zwar fangen wir an mit dem Schwert von Chromagus, mit dem chromatisch gehärteten Schwert. Natürlich eine unglaublich starke Waffe, vor allem für die Schwertschurken und auch für die Schwertfury-Krieger und euch für die Mensch-Krieger. Allerdings, wie gesagt, habe ich mir dann einfach gedacht, na, die chromatischen Stiefel ersetzt man, wie gesagt, wenn dann überhaupt erst im Naxxramas. Das Schwert wiederum ersetzt man halt den Akku schon in der Mainhand und deswegen ist es quasi nicht in die Top Ten reinkommen. Allerdings trotzdem eine sehr, sehr starke Waffe, die wir dann mit Akku 40 auch easy-peasy in die Offhand tun können. Das zweite Item, was ich hier natürlich auch nochmal erwähnen möchte, was es leider auch nicht in die Top Ten geschafft hat, ist Lok Amir Il-Romatis, auch eine sehr, sehr starke Waffe von Nefarian, vor allem für die Healer, weil da einfach so viel Spell-Demage drauf ist, was es quasi auch einfach für die Healer das beste Item ist momentan für ihren Plus-Heal und ist leider ein Schreitkolben, deswegen können quasi Magier und Hexenmeister die ganze Geschichte nicht tragen. Allerdings, die Schattenpriester werden sich wahrscheinlich auch über das Item freuen und sonst einfach auch alle anderen Healer werden auf jeden Fall hier nid machen. So, und zu guter Letzt, Leute, weil ich mir einfach gedacht habe, wenn ich das nicht nenne, dann werde ich hier zu Todes geflamed, weil ich ja auch am Anfang die ungezähmte Klinge genannt habe und natürlich hier als 13. Item, was es ebenfalls nicht in die Top Ten geschafft hat. Nicht, weil es irgendwie schlecht wäre, aber weil es einfach nicht, naja, zumindest in der PvE-Meter, nicht wirkliche Relevanz hat. Und ich spreche natürlich von Aschkandi, dem Großschwert der Bruderschaft, die stärkste Zweihandwaffe, die in BWL droppen kann, sehr kranke Werte, leider etwas schnell, aber trotzdem, das wird eigentlich ausgeglichen durch die anderen brutalen Werte, 33 Ausdauer, das ist PvP sehr interessant und eben 86 Attack Power, einfach brutal und in PvP nochmal deutlich stärker wahrscheinlich als die ungezähmte Klinge. Wie es im Zweihandfuel-Bereich mit der Waffe ausschaut, weiß ich gar nicht, ob man da lieber den Proc von der ungezähmten Klinge nimmt oder die dauerhaften 86 ATP, könnt ihr mir gerne nochmal eure Meinung unten drunter schreiben, die Krieger unter euch. Ja, Freunde der Nacht, das waren dann aber auch wirklich meine Top 10 Items und die drei, die ich auch noch zusätzlich nennen wollte hier in BWL, im Pechschwingen-Hot, im neuen Raid, der ab dem 13. Februar für euch freigeschaltet wird. Und sagt mir auch nochmal, auf welches Item ihr euch persönlich am meisten freut und wo ihr garantiert eure ersten DKP für verwenden werdet. Und jetzt unbedingt, Leute, in den Kommentaren einfach mal eure Meinung reinballern. Gibt es noch das ein oder andere Item, wo ihr sagen würdet, ey, die Pfeiler, das muss aber auf jeden Fall in die Top 10 rein, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare rein, Leute. Ich bin mega gespannt und ich freue mich auf BWL, ich freue mich auf neuen Loot und in dem Sinne würde ich sagen, Däumchen wäre ein Träumchen, Leute. Lasst ein Abo da, macht die Glocke an, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure die Pfeiler. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020